Einige der herausragendsten Errungenschaften der Menschheit werden durch den Einsatz von Präzisionswerkzeugen für die spanende Bearbeitung und modernen Bauteilen aus Stahl ermöglicht. Ära-Steels, herausragenden Qualitätsstellen und Legierungen. Ära-Steel bildet zusammen mit ihrem Schwesterunternehmen Orbert und Duval die Abteilung Alloys Division von Ära-Met. Ära-Met ist ein wachsendes Bergbau- und Metallurgieunternehmen. Aufgrund ihrer Erfahrung ist die Alloys Division führend auf dem Gebiet der hochleistungsfähigen Sonderstählen und Legierungen. Mit der Herstellung von qualitativ führenden Schnellarbeitsstählen und fortschrittlichen Pulverstählen gewährleistet Ära-Steel einen sicheren Produktionsablauf von der Entwicklung über die Produktion bis hin zum Kundendienst. Ob geschmiedert, gewalzt oder gezogen. Ära-Steels Schnellarbeitsstähle sind in verschiedensten Ausführungen wie Stabstahl, Kantendraht oder Stahlblech erhältlich. Unterschiedliche Legierungen wurden entwickelt, um die speziellen Anforderungen unserer Kunden bei der Herstellung von zuverlässigen Werkzeugen und Bauteilen zu erfüllen. Durch langjährige Erfahrung und exzellentem technischen Know-how in der Metallurgie stellt Ära-Steel erstklassige konventionell erzeugte Schnellarbeitsstähle her. Ära-Steel ist ebenso führender Hersteller in der Technologie von gasverdüsten Pulverschnellarbeitsstählen. Dank ihres hohen Reinheitsgrades bieten unsere berühmten ASP-Güten eine einzigartige Kombination aus Härte, Zähigkeit, Verschleiß und Ermüdungsfestigkeit. Eine neue, hochmoderne Pulververdüsungsanlage wurde 2011 eröffnet, welche Ära-Steel eine Kapazitätsverdopplung pulvermetallurgischer Stähle ermöglicht. Ära-Steel hat kürzlich eine innovative Produktpalette an gasverdüsten Pulvermetallen entwickelt. Perfekt sphärisch und rein bieten Pearl-Pulvermetalle eine außergewöhnliche Beschaffenheit in chemischer Zusammensetzung und Partikelgrößenverteilung. Pearl-Stahlpulver sind die Werkstoffe der Wahl zum heißisostatisches Pressen, ein innovatives Verfahren zur Herstellung von entkonturnahen Bauteilen. Dieses Verfahren reduziert die Anzahl von Bearbeitungs- und Schweißvorgängen, was eine erhebliche Einsparung von Material und Produktionszeit bedeutet. Ära-Steel bietet neuerdings auch eine Auswahl an feinen Pulvermetallen in maßgeschneiderter Zusammensetzung an. Hergestellt mit Hilfe der Schutzgas- oder der Wasserverdüsung decken Pearl-Micro-Pulvermetalle den Bedarf schnell wachsender Märkte durch zusätzliche Fertigungsmöglichkeiten wie Laser-Clading oder Metal-Injection-Molding. Qualität ist ganz einfach. Qualitätsverfahren, Qualitätsprodukte, Qualitäts-Service. Das bedeutet das richtige Produkt, geliefert an den richtigen Ort, zur richtigen Zeit und das dauerhaft und verlässlich. Wie machen wir das? Durch Innovation, Kundenorientierung und Wirtschaftlichkeit. In direkter Zusammenarbeit mit unseren Kunden erarbeiten unsere Anwendungstechniker permanent innovative Neuerungen und erweitern dabei stetig die Grenzen technischer Möglichkeiten. Durch den ständigen Kontakt mit unseren Kunden werden sie an unserem stetigen Entwicklungsprozess beteiligt. Ära-Steels technische Berater lösen Produktions- oder Einsatzprobleme und überprüfen neue Designs. Ära-Steel verschreibt sich täglich neu der Aufgabe, den Kunden zu unterstützen, indem wir unseren Service ständig verbessern. Wir bieten Leistungsfähigkeit durch die Qualität unserer industriellen Infrastruktur, ein umfassendes Netzwerk von Vertriebsbüros und strategisch platzierten Logistikzentren. Doch was wäre Qualität ohne Menschen? Die Männer und Frauen, die dies alles ermöglichen. Unsere Teams arbeiten mit unseren Partnern und Kunden zusammen, um so die bestmöglichen Produkte und Dienstleistungen anzubieten. Nichts wie complimentary oder === St인sel hai Jahr